Herzlich willkommen zu meinem Sonntagswort heute. Jesus erzählt heute im Evangelium einigen ein Gleichnis, die von ihrer Gerechtigkeit überzeugt sind. Gerechtigkeit, ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke in unserer heutigen Zeit. Was ist gerecht? Die einen werden sagen das, die anderen werden sagen das. Ich möchte euch einladen, vielleicht heute einmal zu schauen, wie gerecht wir Menschen handeln, wie gerecht ihr handelt und was für euch Gerechtigkeit bedeutet. Euch dazu gute Gedanken im Sinne des Evangeliums, dass wir immer unsere Gerechtigkeit neu überprüfen und den Segen Gottes für euch, den Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Euch allen einen guten und gesegneten Sonntag.